moin 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 leute moin 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 leute moin moin und ein kräftiges moin moin hinterher so viel zeit muss sein mal wieder ein einkauf video ich habe mir ein paar sachen gekauft nicht viel ein bisschen ich habe mir hier so ein kräftiges kauf da werde ich gleich den kopf essen ich mache mir nämlich gerade die hier warm in der heizluftgetöse ich weiß nicht wie man hier noch so ein rauschen hört aus der küche über diese hier lege ich mal drauf beißt rein ess sie und bin glücklich freue mich meines lebens ja für nichts mehr leben wird sowieso alles mehr teurer also ein bisschen genießen dann habe ich hier noch noch mal so ne packen die esse ich gerne warm machen essen vielleicht mit mayo kräuter quark irgendwas rein dippen rein essen lecker auf immer mehr ich mache ich meine Weißbrot geholt das andere Brot war immer so teuer ich habe ja sag ich mal ich habe eigentlich auch so ein Brot das ist genau dasselbe Inhalt also das selbe Gewicht und es hat auch noch 99 gekostet habe ich gesagt nehme ich das mal mit zum testen wie gut das ist gut das schmeckt weiß ich das habe ich noch nie ja und ja ich darf mich überraschen jetzt mal nur kurz den rucksack auf jetzt mal nur kurz den rucksack auf jetzt habe ich hier Kartoffeln, Rösti, Ecken, die ich in der Pfanne geholt habe ich hier Kartoffeln, Rösti, Ecken, die ich in der Pfanne geholt habe ich mir weiß ihr nicht ich habe doch so eine asiatische Soße vielleicht mit Nudeln in den Wok so machen und da habe ich mir noch ein bisschen Gemüse geholt so ein bisschen asiatisches Gemüse mit rein gesund lecker wo gefrorenes Gemüse besser ist wenn es gefroren wird als Gemüse was nicht gefroren ist weil Gemüse was nicht gefroren ist verliert Vitamine hier bin ich dann wieder mit eingefroren bleibt länger drin wenn ich das richtig verstanden habe das Gemüse Käse Wurst also hier Puder mit Paprikamantel so ein Paprikamantel so ein bisschen dann haben wir hier ähm wie heißt das Kasslerbraten dann haben wir hier noch so eine ähm 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 so eine Sülze so eine Schinken Räuschen in das Pik das ist mit Mehlrettich Mehlrettich super 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 lecker so ja muss auch mal was leckeres haben zwei Flaschen Cola braucht man unbedingt eine Flasche Zitrone Limette Leute auch lecker noch irgendwas irgendwas vergessen nein Leute das war's das war mein Einkauf jetzt nicht weg bewegen nüß ein paar Sachen so ich hoffe das Video hat euch gefallen lasst eine Bewertung da ein Abo wäre nett und haut rein bis denne eure Ehrenuhr und bleibt mir gewogen und immer artig und sauber ja 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 ich seh alles ich seh euch ich seh alles tschaui